Nehmt den Platz, nehmt den Platz Also Leute, Atagos sind wieder drin Ja, im Norden halt Ok, Atomfurt, Svensson oder wie immer Der wird halt jetzt schon nach vorne drehen Watch out for Tops Da kommt ne Prinz Albert Nord Prinz Albert Nord, kommt voll rein Die steht, steht rot Er hat 40k von mir gefressen, von der Kaiser Jetzt kommt, wenn Josy kommt Ich brauche hier noch ein bisschen Support Leute, ihr müsst mitpushen, ihr müsst mitpushen Da ist Atago fast dunkel Atago mitte dunkel Leute, Scouts starten, Scouts starten, Scouts kontrolliert Meine ist in Norden Check in your fucking Scouts Go 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 Kaiser? Ich krieg ein bisschen an Anfallfighter Guys, ihr müsst push Push, 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 push Take the space Also meine macht in Norden, mein Scout Die kann nicht unbedingt umziehen Kann ich den wegzecken, dann noch nicht Die haben zwei CVs im Süden und habe einen Fightanzer gestellt, kann nicht raus Leute, Licht, Scouts, Scouts, Scouts Send Scouts If you are able to Die haben zwei CVs im Süden über den BBS Fightanzer gestellt Was drehen Warte Hat der Atago heute schon fließt, 79 Ich hab den immer Fuck, bin jetzt auch dran Die Nebra daraus nehmen, die träumt, sehr schön No shit Da kommt der Mosborder CV kommt vor, CV kommt vor bei denen Hast du den CV aus, der kreuz gleich die Charlemagne Drückt auf die Charlemagne, die kann nicht schießen CV ist kommen, too Ah, Solwing, sorry Push that Charlemagne in Norden Can't shoot Tuck down, hat der Klick Too many Torps Hat der Klick Hat der Klick Direkt der Mosborder vor Hopp, Meer-Licht-Süd Ich schieße es wassit There's a gap in the middle, in our BV-Line Watch out Big gap in the middle They're bothered by this Push, push, push our Sub Push them in Cover our Sub Push their BBs For fuck's sake This damn Torps Is so annoying Nice Not up 13 Get out of the way Tuck down Where's the We'll be able to fly We'll be able to fly The You have to go We'll be able to fly We'll be able to fly We'll be able to fly That's the fuck We'll be able to fly Es muss gesägt werden. 812 Kilo. Okay jetzt halten wir unten nichts. Hab dich, hab dich. Wir drücken jetzt aus dem Norden. Die Ahtago Norden. Wir schießen nicht mit den Gans. Achtung, X, 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 X. Kollum. Heißt Atago die ist halt immer noch nicht down. Die habe ich jetzt schon früh angeschossen. Die hat einen geklopft. Jetzt holen wir es. U-H ist aus bei der Ahtago. Thomas und Saul drehen Süd. Drückt dem Süden durch. Leute der Norden ist fast leer. Da und wir uns. Die müssen auch unter welcher Fahrer hochschieben. Das ist nicht gut. Aber die rennen halt auch massiv nach hinten. In der Mitte. Ja die schieben da unten das WU-Mutter vor. Die wollten es von der fahren. Ja. Äh. Sieg VU. Okay. Bis so. Ahtago kommt hier vor. Ahtago kam wujer hin. Ahtago bekommt gerade einen Wartschen, da sie sind immer ausgekπαst. Bellsste! BIT! Gute dies hab ich jetzt. Abbie kommt gerade vorbei Weg bis zum Scheißlein Oh jetzt weiter pushen, push 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 Malwa ich fahr hinter dir Das tut's auch gut Weiter ich fahr hinter dir Rieskarts, laut dem Ich kann der Phänomenen Sorry Geh jetzt in der Mitte nach oben fahren, fahren bitte runter in den Süden Aus der Mitte in den Süden fahren Nichts Reisender Russ Ab Nord Ich komm zurück Ich steige zu Ach du gib Gas, gib Gas Gib Gas Red, schick mal in den Norden mit rein. Thomas, wir dürfen grad dunkel sein, wir dürfen grad dunkel sein. Ich hab die 2.000 Range, die Mitte hat die 2.000 Range. Mitte hat drei 2.000 Range. Thomas, ich zieh wieder nach hinten. Unten drin. Fall. Ja, ich geh weiter auf die CVs. Wenn die CVs dann sind, dann siehts gut aus. Ich geh hinter dir wieder rein, Thomas. Den neuen Bühner, den neuen Bühner, den Bühner. Weil Knappys aus dem Süden kommen in die Mitte rein. Komm aus, lass mal unten drücken. Damit die sich nicht auf die Mitte passen können. Was? Useless ist gebrochen. Useless ist gebrochen. Ich will wieder auf. Thomas, sie schießen grad auf die Mitte. Wir können unten durch. Ja, drück, drück, drück. Wir pushen dann mal schießen in der Mitte. Jetzt sinds gebrochen. Jetzt werdens nervös. Jetzt sinds gebrochen. Jetzt sinds gebrochen. Jetzt sinds gebrochen. Jetzt sinds gebrochen. Okay, ihr seid dunkel jetzt. Fluris fang zum Lauf fahren. Ja, wie siehts aus? Wollen wir noch eine spielen? Ja, ich schieß das Ding weg. Weg, 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 weg. Mach tot. Ich war gestern hart, ich will wieder schlafen. Ja. Ich möchte auch gerne wieder schlafen. Ich möchte gerne überhaupt schlafen gehen. Danke. Ich möchte gerne Licht auf Flure haben. Nachher, nachher. Brauchst du nicht auf Flure, ist Geschichte. Ei. Also wir haben zwei BBs verloren. Das ist auf jeden Fall der Leistung. Ich hab drei Rösten klatscht, gell? Welche Scherz hab ich denn? Ich hab echt satt bei mir. Ich bin unterwegs auf schwarz Atom. Nee, ich hab keine SD mehr. Leck mich doch. Ja, dann... Bleib doch mal stehen. Ich will auch nicht sehen, dass das du darfst. Bitte. Wo sind denn? Schalemann hier Nordrush. Zapp ist auf D3. Zapp ist auf D3. Zapp ist auf D3. Lass mich mal durch hier, kleiner Russe. Scheiße, ich bin rausgeflogen. Oben im Norden ist noch ein BB. Ja, Thomas hat auch nicht mit dir gesprochen. Ja, Fackel. Oh. Komm, Stittbarsch! Stittbarsch, das ist deiner! Stittbarsch, das ist deiner! Oh, die Winkel, gell? Hey, das tut weh. Der war knapp! Verweck! Verweck! Durch die Fighter, komm... Hat die Atacus schon damit gem Kot? Also zerschießt bevor ihr den Hafen zerstört. Zerstört voices bei Feinden! Auch ziehen raus! Oh, hmm, die äh! Also 228, mehr ging leider nicht. Im Besser, oder? Nice! Er ist richtig gestampft, er hat die volle Ladung aufgekriegt. Gehen wir jetzt schon auf dem Hafen oder nicht? Nein! Ja, Schiss drauf! Zack! Sehr schön, sind geflogen. Das sieht man doch gerne. So, hat noch jemand einen roten Punkt gesehen? Oh, jetzt seh's dich weg, oder? Ja, du wollen nach dem Boot. Obwohl, eigentlich können wir auch nur zerschießen und dann stehen lassen und abbrechen. Dann können wir wieder haasen. Ja, klar. Halt, halt! Halt, halt! Stop shooting! Stop shooting! Don't kill the harbor! Stop shooting! Was steht denn jetzt wieder? Don't kill the harbor, guys! Stop shooting! Stop your fire! Es ist nur einer! Ja! Warte, da ist sicher, weil wir hat CV-Reiten. Ich bin auch so ein bisschen Krippisch behandelt. Stop shooting! Don't kill the harbor! Wieso, was solltet? Was hält mich hier? Wir brechen ab. Was willst du denn mit dem Hafen? Da können wir nächste Woche wieder angreifen. Wir wollen doch Hafen angreifen. Ja, aber wie willst du denn angreifen? Weil die Leute, die sich gewehrt haben seit vier Wochen. Großes Kino! Da kann mal einer auf die Ausbaustufe gucken. Aber die wird wahrscheinlich später. Die waren jetzt schon bei mir nicht rein. Die waren jetzt schon bei mir nicht rein. Die waren jetzt schon bei mir nicht rein. Ich war mal hier nicht rein. Ah, jetzt schießen die da da. Aber die Frau geprüft zum Weinen da. Nein! Also ich würde nur zerschießen, Alter. Zerlatte. Okay, ich würde noch einmal schießen, dann würde ich abbrechen. Also ich bin der Phil kaputtmacher. Und wenn sie nächste Woche angreifen, schenken wir den wieder her. Du kannst noch einmal. Greifen halt. Nehmen, nehmen wir sie auf jeden Fall. Nimm Einzelschuss und schieß noch zwei Mal. Ja, jetzt reicht. Reicht. Abbrechen bitte. Mann. Warte, ich guck ihm, ich guck ihm, ich guck ihm. Warte, warte, warte. Es treten wieder vier Leute aus, bloß wir den Hafen nicht einziehen. Ach, da tritt keiner aus. War doch gut. Wir haben noch Spaß gehabt. Wir haben beschlossen. Okay. So, okay. Next week drive another armor attack. Ja, mir steht noch, dass der auf 3.000 ist. Ist das normal? Ja. Er ist wenn wir rausgegangen sind. Auf 253 hab den runtergeschossen. Uaah! Das. So, please repair your ships. Alles ist gut gemacht, Leute. Die lehnen sich jetzt wahrscheinlich so, what the fuck. So, haben wir den noch. So, next week, welchen Harbour greifen wir denn next week an? Also, London steht zur Alternative. Der russische Hafen steht zur Alternative. Hamburg steht zur Alternative. Ich bin für Russland. Da hab ich wieder Probleme am Becken. So, wer das? 19 Uhr, Samstag. Ich hab kein Pass. Ja, da bin ich auch für. Machen wir das da einfach. Ja. Okay. Aber seid auch gewiss, wir haben die OSP ja jetzt geärgert. Die werden auch bestimmt mal nach Tudeln kommen. Ich mach jetzt éж mal einen Fall. Ich mach jetzt einfach ...